Äh, Giorgo. Ja. Oder den Hafen von Giorgo. Den was? Den Hafen von Giorgo vielleicht. Oder wir gehen mal in den Hospital. Ja, okay. Ich bin offen für Neues. Das ist zusammen mit der Schule das schlimmste Gebäude auf der Erde. Okay, wir gehen in den Hospital. Leute, das wird eine kurze Folge. Na. Wir machen da schon was draus. Oh, da sitzen noch ziemlich viele. Oh Gott. Ich hab's grad nicht gefunden. Ich muss ja auch erst gucken. Aber wir sind relativ allein, oder? Ich glaub, da kann man auf dem Dach landen beim Hospital. Also auf der Schule geht's auf jeden Fall. Ob das beim Hospital auch so ist, das weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ja. Also am Dach landen ist gut, weil da ist halt Loot. Machst du gleich High Ground. Das sind halt zwei Gebäude, ne? Ja. Ja, die kommen aber auch hierher, die da noch fliegen. Nein, fuck. Nein! Boah. Ich bin fast runtergefallen. Ich glaub hier ist noch einer gelandet grad. Ja. Ja. Ja, ne? Aber wo? Ich hab die doppelläufige. Ich hab vier Wochen in der AKM. Ja, ist hier irgendwo bei mir in der Nähe. Ich komm zu dir. Wollen wir rüber ins andere Haus? Können wir. Wo ist die Brücke? Hier. Okay, ich bin drüben. Alter, ich hasse Häuserkampf, wa? Hier liegt noch eine Schrotflinde, wenn du willst. Ja, ich hab furcht eine Wuchse. Hier liegt noch... Ja, ich... Der die Schrotflinde mitnimm, René. Die ist jetzt... In dem Haus ist die ganz geil. Wenn du mit einem ordentlichen Treffer landest, ist der andere schon tot. Ich hab so Schiss jetzt, ne? Wo bist du hin? Achso. Wo bist du hin? Oh Gott, Nick, wo bist du? Willst du echt nach unten gehen? Probably. Okay, ich check hier hinten noch kurz. Hab ich ne Weste an? Nö, hab ich nicht. Cool. Dann nehm ich doch die... Bitte, Granate! Werfe Rauchgranate! Ich hoffe nicht. Ist das ne Zweiweste? Ne, oder? Ne. Das wär fies gewesen. Okay, du bist schon unten, oder? Ich geh mal hoch, glaub ich. Ganz hoch? Ja. Ich seh sie aber nicht. Haben sie schon verpisst, die Bobos? Hm. Hm. Okay, ich hab wieder ne voll aufgemussete, doppelläufige. Sei es. Wohin? Die Gegner killen. Okay. An der Treppe. Was? Mit der Schmerzflinde schieß ich auf den, alter. Ich hab ein Problem. Alter, Jungens. Fuck. Nice. Doppelläufige Rules. Ich hab's... Ich raff's nicht, weißt du? Mit der Schmerzflinde. Die steht keine zwei Meter vor mir. Hast du daneben gesimmelt, oder hast du... Nein, ich hab... Ich hab mit Sicherheit getroffen. Alter. Aber angeblich ja nicht. Der hat... Einen Schalli SR und einen Achtfach. Aber keine Sniper, willst du mich verarschen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, der... Hat der andere eine Sniper? Der hat auch keine Sniper. Der, die haben nicht mal ein Sturmgewehr. Der. Der ist richtig läsch. Ja, okay. Hast du Mets? Eine Energy und ein Erste-Hilse-Koffer. Wow. Ja, ich hab nichts auf Fernkampf. Nur eine AKM. Ja. Brauchst du irgendwie... ...Visiere, oder? Hast du? Ja, wann du... Weißt du was? Einen Holo hätte ich. Ja, Haus... Hausstecke. Hausstecke. Hier. Renne hier. Was? Wo? Hier. Achso. War noch im anderen Menü. Okay, Bra. Lass mich rufen. Okay, jetzt haben wir schon mal unsere Aufgabe erfüllt und die... ...Arschlöcher gemacht. Jetzt können wir weiter. Moment, hat der denn noch Schrotmonie? Ich brauche noch Schrotmonie. Ich hab glaube ich eine getrockt. Ne. Hier ist... Hier ist nichts drin. Ah, ich habe eine ansteckende hier. Nice. War was so gesehen? Brauchte ich nur eine geile Rifle noch? Ja, aber... Ach, das ist richtig. Ja, das habe ich schon mal auch richtig. Also... Du hast diese Pump-Action gehabt, oder? Ja. Ja, ich hasse die auch. Also entweder die Auto-Shotgun oder die Zweiläufige. Ansonsten... Also die Pump-Action ist... Shit. Ich brauche jetzt eine gescheite Rifle. Warum? Was hast du? Ja, weil ich nur einen Vierer Scope habe. Ich habe einen Achtfach, einen Vierfach, einen Schalldämpfer für SR. Also jetzt eine K finden wäre... Jackpot. Ich erzähle nur mit der Schrotz herum, ey. Scheiß auf alles. Ich habe mich alle... Was erregt? Oh, toll, ne? Okay. Oh, da liegt Muni. Hier... Es schaut aus, als wäre ich für einer gewesen, ne? René, müssen wir weitmoofen? Ne, müssen wir nicht. Okay. Oh! Das ist eine K. Hafen. Ich sehe ihn sogar. Machen! Auf NE, vorne auf den Containern. Der hat dich aber gesehen, ne? Warum nicht? Nein, die schießen da sich selber ab. Ich habe noch einen Vierfach Scope. Ich habe eine M4, also wir könnten jetzt eigentlich die holen, wenn du willst. Das gehen oder was? Ja, komm mit. Ich will die K. Ja, das denke ich mir. Ich habe jetzt auch was auf Range. Das Problem ist die Zone. Wir könnten doch anfangen. Ja, lass die Zone laufen. Und dann... Ich denke mal, ihr Kampf ist beendet. Aber läuft er auf N. Wo? Auf den Containern? Nein, an der Halle. Er ist vornherein in die Hülle. Achso. Jetzt können da gleich hinten rauskommen. 345, 330. Gut, der muss da eh weg. Ah, der hat bestimmt die K einstecken. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass die ein Auto haben. Schuss. Hier. Hier. So. Und jetzt heißt es lauern. Wollen wir da unten mehr in die Straße? Wenn sie doch ein Auto haben. Sicher? Ich habe Angst vor diesen Häusern da. Ich habe Angst vor diesen Häusern da. Was da irgendwer da drauf hockt. Wenn sie ein Auto haben, dann werden sie wahrscheinlich nahe der Straße fahren. Wenn nicht, dann kommen sie über den Hügel. Dann bleibe ich hier oben. Dann bleibe ich hier oben. Okay. Ich will die K. Das ist meine absolute Lieblingswache in dem Game. Wie fühlst du eigentlich, äh, abgesehen wenn du um Ecken guckst, auch so Fuck-Person oder eher First-Person? Äh, immer First-Person. Außer ich scope wohin... Ah, der Motorrad steht da vorne. Boah, wie langsam die scheiß Zone ist, ne? Guck mal an hier. Das Problem ist, sie können da halt jetzt ewig hocken bleiben, ne? Weil die erste Zone ist halt so ein Witz. Und da schätzt niemals die Zone. Ja, wir könnten das nicht, weil wir haben keine Mitz dafür. Ich habe nur einen Energy und einen Erste-Hilfe-Koffer. Schnapp... Drück doch mal den E. Nein. Doch, du hast... Alter, du hast keinen Full-Life. Okay, die Zone ist ein Stückchen. Oh ja, ein Stückchen ist gut. Die müssen jetzt ran... Ah ja, da kommen sie. Äh, auf N. Die rennt sie dem Motorrad. Komm mit. Wir müssen die da runter schießen jetzt gleich. Ich gehe mal davon aus, sie fahren die Straße gleich hin lang. Komm schon, geht aus dem Motorrad. Ja, ja, ja. Und... Schuss. Scheiße. Das ist zu schnell, das... Fuck. Fuck. Die Muni tat weh. Hast du noch grüne Muni? Bisschen was... Ne, grün gar nicht. Boah... Wir hätten direkt zum Motorrad laufen sollen. Scheiße. Ja, du hast drauf spekuliert und sowas. Warum sehen die das auch? Spastis. Haben wir überhaupt einmal getroffen? Ne, ne? Ne, ich glaube nicht. Das ist aber auch sauschnell, das scheiß Ding. Jetzt können die uns natürlich abfangen, wa? Na, glaube ich aber nicht. Schaffen die nicht. Ach, guck mal das schöne Haus. Ja, hallo. Hoppala. Ein Rambo-Haus. Wie weit ist denn die Faktzone noch? Oh Gott. Ja, schon mal ein Stück. Hm. Schade. Ich hätte die gerne gehabt. Ja, warum nicht? Oh. Von rechts. Von rechts? Oder von hinten? Lauf einfach weiter. Von hinten, ja. So ein bisschen zickzack laufen. Ja, heilig. Springen. Boah, die haben einen noch schlechteren Aim wie wir. Oh, oh. Der war knapp, Alter. Ist auch ein Schallye. Der eine hat ein Schallye. Warum schießt der ohne Schallye mit? Das verstehe ich immer nicht. Oh, wir laufen voll um der Stadt zu. Das macht nichts. Oh, guck mal. Das ist venilig. Schön. Und die Zone ist... Ist da. Warum legt der sich jetzt hin? Ja, das Gute ist natürlich, ne? Die müssen jetzt auch mal ankommen. Was? Wir können uns schön in so ein Häuschen campen. Ne, ich geh eher in Mauern. Ich hasse Häuser. Ah, Mauer halt. Fuck. Ähm. Aber wir können eigentlich... Hier so. Ich hab halt nicht mehr viel Schuss, ne? Also ich müsste eigentlich in den Nachkampf gehen mit der Schrotflünde. Du gehst jetzt echt in dieses scheiß Haus rein. Ja, ich guck, was hier noch für Schütt liegt. Denk mal nicht, dass sie uns direkt hinterherlaufen werden. Bring dir grüne Moni mit. Mhm. Ich steh hier ziemlich gut. Und wir steh hier rein. In dem Moment... In dem Moment hätte ich eigentlich einen K-Headshot kriegen müssen. Oh, Gott, segne Amerika. Was ist? Das ist geil. Ja, das heißt, ich krieg die grüne Moni. Schade. Kannst du jetzt nicht sagen. Also ich steh direkt am Rand der Zone. Und da kommt sie auch schon. René, mach dich mal bereit, ne? Ich bin's fertig. Könnte sein, dass gleich die Action losgeht. Action, Action. Superklasse Media Action. Ansneaken dürfen sie sich nicht. Aber eigentlich können sie sich nicht ansneaken, weil ich steh halt wirklich... Hier ist Zonenrand. Genau an der Mauer. Ja. Oder die haben wieder irgendein scheiß Motorrad. Fahren einfach durch. Bist du in dem Haus? Ist der denn Ernst? Nee, ich stehe an dem Eck vom Haus. Ah ja. Ah, ich glaub, die haben uns einfach umlaufen. Ist ja auch ziemlich behindert gewesen. Oh, fuck, ich stehe noch in der Zone. Wenn sie uns sicher hinterher gelaufen wären, haben sie ja nix von. Wie viel Schuss hast denn du? Äh, 90. Krieg ich 30? Nein. Dankeschön. Äh, wie schaut's denn aus? Weiß ja. Eigentlich würd ich am Zonenrand entlanglaufen. Okay. Ich will nicht durch die Stadt. Okay. Lauf mal den langen Weg. Das ist scheiße. Also, du willst jetzt... Oh, fuck. Von hinten, oder? Ja, klar. Sind sie uns doch hinterher gelaufen? Ja, er schmeißt den Molotow-Cocktail. Äh, er ist an dem Haus, also an der Mauer. Also einer. Denkt dran, das könnten zwei sein. Gehen wir weiter hinter. Der eine können uns jetzt auch umlaufen. Ich sehe keine. Äh, jetzt sagen wir rennen einfach weiter. Wenn wir die jetzt falten, wir haben nur noch 60 Sekunden. Und die haben kein Auto. Wehe, da steht ein Auto drin. Wehe. In der überfluteten Stadt. Das wär ja wohl mega unfair. Okay. Äh, das Problem ist, wir schaffen das auch noch. Und die hocken da jetzt. Wo sind denn die jetzt? Mama? Mama, wo sind die? Verreckt an der Zone, ihr Bastarde. Aber der eine hat eine K, ich will die haben. Ich hoffe, dass der nicht gleich in den Rücken schießt. Ich hoff's nicht. Äh, jetzt haben wir schon Deckung. Könnten kurz die Stadt überfliegen nach einem Auto. Falls da eins steht ja, dann zerschießen wir die Reifen und rennen weiter. Aus trotz. Da steht nichts. Das gibt's ja nicht. Wie kann man so Pech haben? Vorne die Garage ist auch leer. Sind wir schneller als die Zone? Ne, ne? Äh, wir könnten noch Glück haben halt, dass wir in dem Bereich sind. Ne, sind wir nicht. Weil wir gehen nach links. Dann ist sie langsamer, ja. Wir müssen jetzt eigentlich ein Auto finden, weil sonst sind wir vielleicht. Wenn wir jetzt ziehen nach links, weil ein Auto, wo wir keins finden. Ahhhh. Okay, ich hoffe, du hast noch nen Koffer. Ich hab gar nichts mehr. Okay, ich hab noch nen Koffer. Zwei Koffer sogar. Die dürfte uns nicht umbringen. Nee. Oh, die ist gleich zweimal so stark, ne? Wenn da jetzt einer hockt, haben wir ein Problem. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Told ya. Told ya. Oh, ich bin gleich down, Alter. Jo, sowas geil. Oh, ich seh nicht von wo. Ich glaub, oben im Haus da. Weil... Ja, oben im... Ja, fuck you. Ah, scheiße. Mit Ansage. Okay. Wo? In dem Haus mit dem grünen Dach. In dem Tower? Nee, nee, nee. Oh, noch einer. Ah, der kam auch noch. Ah. Aber ich hab den oft getroffen, ne? Nein. Ich hab den noch mindestens dreimal gehittet. Zehnmal, wenns reicht. Ja, da hatten die eindeutig die bessere Pose jetzt. Ja, das sind wir... Ey, ich hab's noch gesagt, ne? Tschüss. Mein Name. Dann gab es mir die Studenten für meine